Der abgefahrenste und spannendste Fußball-Anime kommt auf die große Leinwand. Warum strengen sich alle so an? Der große Zukunftstraum macht nur Stress. Du bist echt cool! Lass uns Fußball spielen! Nagi, zeig, was du drauf hast. Das klingt nach Stress. Wir beide müssen die besten Fußballer der Welt werden. Das ist unsere Bestimmung! Herzlichen Glückwunsch, ihr Rohdiamanten. Wer die 299 anderen Jungs besiegt und als letzter übrig bleibt, wird der beste Stürmer der Welt. Sollen wir anfangen? Mein Leben war absolut langweilig, bis ich ihn traf und zu Bluelock kam. Hau ihn rein, du Genie. Rio, ich werde es versuchen. Du gehst, du Penierst. Du hältst, du Penierst. Du gehst, du Penierst. Gvaccine. Du gehst, du Penierst.